In diesem Video schauen wir uns an, wie wir das AVM Fritz Powerline Set 1260e einrichten und ins Meshnetz aufnehmen können. Wir sind jetzt also bei der Ersteinrichtung. Ich habe gerade den Karton ausgepackt, den habe ich dankenswerterweise direkt von AVM für dieses Video bekommen. Der Packungsinhalt ist schnell erklärt. Es sind zwei Kabel drin und diese zwei Adapter. Das sind jetzt für dieses Video unsere Hauptcharaktere. Das ist der Adapter, der muss an die Fritzbox. Der hat dazu auch unten zwei LAN-Anschlüsse. Wir schließen den dann am Ende mit einem Anschluss an. Der Tipp ist auch gleich am Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel hier wie ich ein paar Steckdosenleisten hat, dann sollte man die Steckdosenleisten hier reinstecken und die ganzen Geräte hinter dem Adapter betreiben. Da können nämlich Steuereinflüsse relativ effektiv aus diesem Powerline-Netz rausgefiltert werden und das erhöht dann die Übertragungsrate. Was habe ich hier noch? Das ist der zweite Teil des Sets und der macht dann das WLAN am Ende für uns auf. Also die zwei verbinden sich dann über die Stromleitung und der ist dann nochmal mit der Fritzbox verbunden. Die erste Anrichtung funktioniert wie folgt. Also ich gehe jetzt immer davon aus, dass ihr eine Fritzbox mit FritzOS 7 und Mesh habt. Ich stecke diese zwei Teile mal ins Stromnetzwerk. Sollte man jetzt nicht so machen wie ich. Also für die erste Anrichtung schon, aber dann für den Betrieb, wie gesagt, hier was hinten dran stecken, das rausgefiltert werden kann. Und das andere WLAN-Gerät soll dann natürlich irgendwo da sein, wo man am Ende WLAN braucht. Man muss jetzt hier beachten, das WLAN-Gerät braucht ein bisschen Länge zum Booten, deshalb spule ich mal für euch. So, jetzt sind beide Geräte hochgefahren und was bei euch jetzt passieren würde, wenn ihr das Set gekauft habt, dann sollten hier beide Powerline-Leuchten leuchten. Ja, also die Lampen sollten leuchten, weil dann eine Verbindung schon hergestellt ist. Diese Sets sind immer schon gekoppelt, also das funktioniert normalerweise direkt. Ich wollte euch jetzt zeigen, wie man die koppeln kann, falls das nicht der Fall ist, zum Beispiel wenn man diese Teile einzeln kauft oder ein zusätzliches Gerät in das Powerline-Netzwerk hinzufügt. Dann hat man hier zwei Knöpfe, also hier der Connect-Taster und hier der Powerline-Taster und die muss man innerhalb von zwei Minuten drücken. Also erst das eine, dann das andere. Reihenfolge ist egal. Also hier kurz eine Sekunde drücken, dann fängt das das Blinken an. Jetzt haben wir zwei Minuten Zeit, das andere zu drücken. Das drücke ich jetzt auch kurz. Jetzt blinkt das auch. Und die sollten sich jetzt relativ schnell finden. Wenn er genau das macht, nämlich ausgeht, dann weiß ich, ob er dann Reboot macht. Aber das heißt, er hat das andere Gerät schon gefunden, auch wenn das andere noch munter blinkt. Das wird jetzt gleich mit aufgenommen. So, wie man sieht, die Powerline leuchten, leuchten, ja tolles Wortspiel. Aber wenn die beiden an sind, dann sind die Geräte verbunden. Jetzt kennen die beiden Geräte sich untereinander, aber die sind jetzt nicht im Heimnetz. Die bilden jetzt sozusagen ein Powerline-Netz, wo man aktuell bis auf das WLAN hier nicht großartig rankommt. Und die möchte ich natürlich ins Heimnetz aufnehmen. Dazu habe ich hier den Stecker mit der Fritzbox verbunden. Das Gerät hier hat ja zwei Adapter unten, also zwei Buchsen unten. Egal, in welchen ich das jetzt reinstecke. Ich stecke es jetzt mal in LAN 1. Dann geht hier gleich die Lampe an. Und ja, jetzt ist das erstmal soweit verbunden. Was jetzt aber noch nicht funktioniert, ist WLAN-Mesh. Das würde man jetzt sehen, dass das Gerät ein eigenes WLAN aufmacht mit einer eigenen SSID. Und ich möchte im Optimalfall hier von dem Gerät das Ganze übernehmen lassen. Das funktioniert halt eben mit WLAN-Mesh. So, dazu gehe ich mal hier zur Fritzbox. Und die hat hier so eine WPS-Taste. Den drücke ich einmal. Also bevor ihr das macht, wichtig, das muss hier verbunden sein. Wenn jetzt die Prozedur, die ich jetzt mache, nicht funktioniert, bitte das Gerät nochmal in den Werkszustand zurücksetzen. Dazu muss man hier länger als 15 Sekunden die Connect-Taste gedrückt halten. Also ich drücke jetzt hier WPS oder Connect WPS. Dann fängt hier die Fritzbox das Blinken an. Jetzt habe ich zwei Minuten Zeit, das Gleiche hier zu machen. Und das geht jetzt ratzfatz. Man hat es gesehen. Die haben sich jetzt sofort gefunden. Jetzt werden auf dem Gerät die Einstellungen von der Fritzbox übertragen. Also inklusive Passwort, Gastzugang. Jetzt muss man quasi gar nichts mehr machen. Die Einrichtung ist jetzt erst mal abgeschlossen. Ich habe ja am Anfang gesagt, wenn man das im Set kauft, dann bekommt man die Geräte mit einem vordefinierten Passwort. Ich stehe nicht so auf vordefinierte Passwörter. Deshalb gehe ich jetzt gleich mal an den PC und wir vergeben jetzt ein individuelles Passwort für dieses Powerline-Netz. Wichtig ist, dass beide Geräte das gleiche Passwort Intus haben müssen, damit die sich natürlich beide finden und entschlüsseln können. Ich lasse jetzt mal die Kamera laufen und wandere mal zurück zum PC. Um das Ganze jetzt hier durchzuführen, geht das leider jetzt nicht über die Web-Oberfläche. Eine Web-Oberfläche hat nämlich hier nur das WLAN-Gerät. Sondern wir müssen das jetzt wirklich über das Programm Fritz Powerline machen. Das findet man auf der Website von AVM. Verlinke ich auch nochmal im Video unten. Was muss ich jetzt also tun? Ich sehe jetzt hier meine beiden Geräte und sehe auch, dass sie erfolgreich eine Verbindung aufgebaut haben. Ich würde empfehlen, immer eine Kabelverbindung zu nutzen, wenn ich jetzt das Passwort ändere. Als erstes bin ich ja jetzt, sieht man ja auf der Kamera noch, bin ich jetzt verbunden mit dem Powerline 1220E. Das ist mit Kabel verbunden. Und ja, wir ändern jetzt erstmal hier nur das Passwort. Dazu gehe ich hier auf mehr. Der Computer natürlich, mit dem ich das mache, muss natürlich irgendwie im Netzwerk verbunden sein, indem auch die Powerline-Geräte sind, sonst sehe ich die beiden Geräte hier nicht. So, hier steht jetzt neues Kennwort. Ich benutze den Passwortmanager und würde jetzt das Passwort hier eingeben. Passwort habe ich jetzt hier mit Copy und Paste übernommen und klicke hier auf OK. Hier sage ich nochmal OK. Was man jetzt als nächstes sehen wird, jetzt habe ich das Netzwerk nicht mehr. Das Powerline-Netzwerk ist jetzt im Grunde kaputt, weil die beiden Powerline-Geräte finden sich durch die verschiedenen Passwörter nicht mehr. Jetzt habe ich den Adapter, auf dem ich es gerade geändert habe. Den finde ich natürlich, der ist ja auch mit Kabel verbunden. So, ich verwechsel jetzt hier wieder zurück. Und man sieht jetzt hier auch, die Powerline-Leuchten sind aus, die finden sich nicht mehr. So, ich nehme jetzt hier das Kabel, das jetzt in dem einen gesteckt hat und stecke das mal in das andere rein. So, zurück am PC sehe ich jetzt den anderen Adapter, also dieses WLAN-Gerät 1260E. Auch hier gehe ich dann auf mehr, scroll hier runter und gebe da das neue Passwort ein. Auch hier bestätige ich nochmal mit OK. Dann muss man einen Moment warten und dann finden die Geräte sich wieder. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen paranoid, das Canva zu ändern, aber ich lasse mir lieber meine Canva degenerieren und dann ist man auf der sicheren Seite. Jetzt bin ich zurück bei meinen Adaptern. Jetzt kann ich hier wieder den Ausgangszustand so herstellen. Ja, da leuchtet alles, da leuchtet auch alles. Der Connector muss nicht leuchten bei dem Gerät. Und im Grunde bin ich jetzt fertig, sollte jetzt das Gerät sinnvoll irgendwo einstecken, wo ich viele Geräte hinten dranhängen kann. Mit einer Steckdosenleiste zum Beispiel, weil da rausgefiltert wird, was hinten dran hängt. Achtet da bitte auch auf die maximale Wattzahl, die steht irgendwo in dem schönen Handbuch. Also im Handbuch habe ich es jetzt tatsächlich nicht gefunden. Bei dem kleinen zumindest nicht, aber hier steht es drauf. 10 Ampere bei 230 Volt, das heißt 10 mal 230 sind dann 2300 Watt, kann ich da maximal hinten dranhängen. Das sollte eigentlich für die meisten Anwendungen ausreichen. Also die Steckdosenleiste zum Beispiel ist hier für 3500 Watt zugelassen, wäre dann 16 mal 230 Volt. Hat jetzt irgendwas nicht funktioniert, was ich hier gezeigt habe bei euch, das habe ich auch ständig. Und diese Prozedur ist ziemlich anfällig und meiner Erfahrung nach funktioniert die nur, wenn man beide Geräte von Anfang an im Werkszustand hat. Also die beiden Geräte in den Werkszustand einmal setzen und dann sollte das funktionieren. Da gibt es einen kleinen Unterschied beim Werkszustand, der ist ziemlich tricky. Hier, da bin ich jetzt nämlich drauf reingefallen, hier steht es im Handbuch auch drin. Das sind die beiden Beschreibungen für die Geräte. Auf der rechten Seite habe ich hier den 1220E, das ist der hier. Und der hat eine Besonderheit, denn wenn ich hier in den Werkszustand möchte, hier steht es ja, Werkseinstellungen laden, muss ich diese Taste 10 bis 15 Sekunden drücken. Drücke ich die kürzer oder länger, funktioniert das nicht. Also man muss genau Sekunden zählen, so bei 12, 13 Sekunden dann hier die Flosse runternehmen und dann setzt sich der zurück. Anders ist es bei dem hier, der setzt sich in den Werkszustand, wenn ich hier mindestens 15 Sekunden auf die Connect-Taste drücke. Der fängt dann während des Drückens auf das Blinken an, das sollte man ignorieren. Einfach wirklich stur, so 16, 17 Sekunden die Connect-Taste halten und dann geht er in die Werkseinstellungen und ihr könnt quasi das Video jetzt nochmal von vorne anfangen, falls es bei euch nicht geklappt hat, dann sollte es in jedem Fall funktionieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017